Also, wie ich sagte, ich habe ein sehr dunkles Geheimnis, was ich der Welt unbedingt mitteilen muss und was verheerende Folgen für mich haben wird und ich denke aber es wird Zeit, nach zwei Jahren mit Play, dass ich mich für diesen Schritt entscheide und ja, also das Geheimnis, was ich habe ist, dass ich den Zweitkanal aufkam. Das hat sich jetzt in meinem Kopf irgendwie besser angehört, egal. Also, liebe Freunde, ich habe einen Zweitkanal aufgemacht. Einige haben es vielleicht noch nicht ganz verstanden im Ankündigungsvideo, aber der heißt Android LP, ist oben auf dem Titel, wird auch verlinkt. Rein theoretisch, wenn ich jetzt hier bin, müsste das da verlinkt sein. Ich habe keine Ahnung. Ja, es ist auf dem Titelbild verlinkt auch. Wenn ihr da reinschauen wollt, ihr seht schon, es ist eiskalt hier. Es ist Schnee ohne Ende. Tada, Schnee ohne Ende mit Ende ist leider ausverkauft. Und ja, wenn ihr Lust auf Real-Life-Videos, Vlogs und lustige Let's Plays mit Roboterstimme habt, dann würde ich sagen, ihr solltet unbedingt mal vorbeischauen. Und obwohl das Plays ist hier echt geil, guckt hier vorbei. Das erste Infovideo wird auch schon draußen sein, wenn das hier hochgeladen wird oder auch nicht. Ich weiß es nicht genau. Schaut vorbei. Ich hoffe, einige vom Kanal schwingen darüber. Einigen gefällt es und unterstützen mich dabei, den zweiten Kanal aufzubauen. Da ein bisschen zu schauen, dass wir da einfach Sachen machen, die wir in den Kanal hier einfach nicht reinkriegen. Das ist ja der reine Let's Play-Kanal. Und dass wir da so ein Vlogzeug und so einfach reinbekommen. Ich weiß nicht genau, ob ich jetzt der perfekte Vlogger werde. Äh, wohl eher nicht. Aber schaut einfach mal rein. Und ja, ich schwere mir jetzt glaube ich, dass ich den Arsch habe. Ich habe gerade das Video gedreht, das erste und ich habe, ich kann es nur so viel sagen, ich habe 50 cm Schnee im Schuh. Mir ist eiskalt und ich bin glaube ich jetzt zwei Kilometer in die Richtung gerannt und gelaufen und komme gerade wieder zurück. Ach, wir sehen uns auf dem neuen Kanal, Jungs. Und Mädels. Tschau.